Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Der Bundesgerichtshof schafft Klarheit bei Prämiensparverträgen. Das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Berechnung von Zinsen bei Prämiensparverträgen sorgt für Transparenz. Am Mittwoch, den 10. Juli 2024, verkündete das Gericht in Karlsruhe eine weitreichende Entscheidung, die Besitzer von Prämiensparverträgen betrifft. Diese Entscheidung wird die Praxis vieler Banken und Sparkassen grundlegend verändern und ist von großer Bedeutung für die betroffenen Verbraucher. Savings contracts with bonuses were particularly popular in the 90s. Customers could receive attractive bonuses in addition to the usual interest by saving in the long term. However, the variable interest rates defined in the contracts often led to uncertainties and legal disputes in the past. Gerade die Methode der Zinsanpassungen war oft umstritten. Hintergrund der Entscheidung In den letzten Jahren haben viele Verbraucher die Berechnung der Zinsen bei ihren Prämiensparverträgen angezweifelt und rechtliche Schritte gegen ihre Banken eingeleitet. Die Beschwerden konzentrierten sich meist darauf, dass die Banken die Zinssätze nach eigenem Ermessen und zum Nachteil der Sparer angepasst hätten. Die Verbraucherzentrale Sachsen ging besonders aktiv gegen undurchsichtige Zinsanpassungen vor und vertrat zahlreiche betroffene Sparer vor Gericht. Der BGH hat entschieden, dass Banken bei der Anpassung von Zinsen den Grundsatz von Treu und Glauben beachten müssen. Zudem muss der Referenzzins, an den die variable Verzinsung gekoppelt ist, klar und nachvollziehbar sein. Dies bedeutet, dass Banken den Referenzzins öffentlich bekannt geben und erklären müssen, wie Anpassungen vorgenommen werden. Das Urteil hat eine große Bedeutung für Sparer, da es ihre Rechte erheblich stärkt. Kunden, die den Eindruck haben, dass ihre Zinsen nicht korrekt berechnet wurden, haben nun eine stärkere rechtliche Grundlage, um Nachforderungen geltend zu machen. Viele Bankkunden könnten durch diese Entscheidung der Rückforderung von zu wenig gezahlten Zinsen gegenüber ihren Sparkassen und Banken berechtigt sein. Für zukünftige Verträge bedeutet das Urteil, dass Banken ihre Zinsklauseln klarer und transparenter formulieren müssen. Jede Anpassung der Zinssätze muss für die Kunden nachvollziehbar und überprüfbar sein. Dies verhindert die Willkür seitens der Banken und stärkt das Vertrauen der Verbraucher in langfristige Sparverträge. Die Verbraucherzentrale Sachsen sieht in der Entscheidung einen großen Erfolg und einen wichtigen Schritt zu mehr Verbraucherschutz. Wir haben lange für diese Klarstellung gekämpft und freuen uns, dass der BGH nun im Sinne der Verbraucher entschieden hat, sagte ein Sprecher der Verbraucherzentrale. Banken und Sparkassen werden sich darauf einstellen müssen, bestehende Verträge zu überprüfen und gegebenenfalls Nachzahlungen vorzunehmen. Zukunft der Prämiensparverträge Es bleibt abzuwarten, wie die Banken und Sparkassen dieses Urteil in der Praxis umsetzen werden und inwieweit dies den Markt für langfristige Sparverträge verändert. Einige Experten vermuten, dass Banken zunehmend von komplexen Zinsmodellen abrücken und stattdessen auf einfacher verständliche Produkte setzen könnten. Das Urteil des BGH ist ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und Gerechtigkeit bei den Prämiensparverträgen und zeigt, dass Verbraucher ihre Rechte einfordern und durchsetzen können. Autor Anita Farke, Mittwoch, 10. Juli 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.